Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ich bin mal wieder zurück, Leute. 6. Januar Video, selbstverständlich. Olli, mach ich auf jeden Fall. Bin mal wieder in GTA Online und muss mich natürlich im letzten Video ein bisschen entschuldigen, Leute. Und zwar hab ich ja dieses eine Video mal total verkackt, Leute. Weißt du, ich bin einfach so einer, der möchte einfach ein gutes Video für euch produzieren, ein cooles Video. Aber bei diesem Flugzeugvideo, wo ich da so rumfliege, ihr habt es bestimmt gemerkt, die Kamera hab ich immer die ganze Zeit umgeschaltet und so. Und dumm, dumm, dumm und bla bla bla. Das wird mir auf jeden Fall nicht mehr passieren, Leute. Privat werde ich mir übrigens auch bei so einem Fernseher kaufen. Ich hab nämlich einen Ultra HD Fernseher gesehen, den werde ich mir auf jeden Fall kaufen. So, bevor wir anfangen, brauch ich noch ein bisschen Johnny Walker Red Label. Ne, warte mal, das ist kein Johnny Walker Red Label, das ist, glaube ich, Black Label. Nimm mal ein bisschen Black Label hier, komm. Hm, sieht aus wie Pisswasser. So, runter mit dem Ding, äh, 5 Jahre alte Rum, hier, von der Flucht der Karibik. Ja, was steht denn die da so rum? Ne, Trinkauf hören hier. Bla 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 bla. Muss ein bisschen ignorieren, das Radio läuft hier gerade. Sorry, YouTube, ähm, bitte das Video nicht löschen. Ja, so, Garage betreten, Leute. Jetzt könnt ihr mal aufpassen, was jetzt passiert, Leute. Meine Ferraris. Meine Ferraris, Leute. Achtung. Hä, wo sind meine Autos hin? Okay, eigentlich waren hier ganz viele Autos, ich schwör, ich schwör, Leute. Da waren ganz viele Autos, aber die sind alle weg. Alle, alle Autos wurden mir geklaut. So eine Scheiße aber auch. So. Genau. Schwarzer Bildschirm. Ich war leider nicht dabei, als diese ganze, äh, Region von Los Santos und Plain County voller Schnee waren. Wer von euch hat das eigentlich gesehen? Wer von euch war dabei, als Plain County und das alles hier weiß war? Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaub, das war vom ersten Weihnachtstag bis zum zweiten Weihnachtstag war hier alles blitzeblanke weiß. Aber die Weihnachtsmützen, die haben wir ja immer noch dabei. Die haben wir immer noch dabei, Leute. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Die Masken hier. Der Weihnachtsmann. Nehmen wir den Elch. Ich finde, er sieht sehr gut aus bei dem schmalen Körper. Ups, sorry. Genau. So. Was ich jetzt mache, das kann ich euch mal zeigen. Erstmal gucken wir, wer alles jetzt hier dringend ist und bei uns rumchillt. Aber ich bin der einzigste Libanon Elite Typ. Leute, ich könnte, ich würde euch den Clan auf jeden Fall mal empfehlen. Ist ein echt korrekter Clan. Libanon Elite. Genau. Och man, ich kann's einfach nicht lassen, Leute. Ich kann's nicht lassen. Ich muss das jetzt einfach mal tun. Was hat der denn eigentlich in der Hand, Leute? Sieht aus wie ein iPad. Das müssen wir uns jetzt mal rippen. Oh Gott, nein. Er haut ab. Er flieht. Boah. Cool. Bluteffekte waren auch geil. Na, jetzt machen wir aber mal was. Ich weiß noch gar nicht, was ich so mache. Mal ein paar Leute tot umfahren oder so. Nein, Spaß, Leute. Wir gucken mal, ob wir hier ein paar PSN-Freunde finden, die wir so treffen können. Einkaufsladen. Ne, da habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Irgendwas Cooles. Irgendwas Geiles. Genau. Den Laden überfallen. Ich mache heute mal vielleicht ein bisschen längeres Video, Leute. Und ja, haben sie ja gewünscht. Brr. Ne. Ich habe mir auch gesprochen, ich fasse nie wieder die Killcam-Taste an. Also diese, diese Taste hier. Das fasse ich nicht mehr an. Da haben sich wirklich ein paar Leute beschwert. Die haben gesagt, hey, warum machst du eigentlich immer hier diesen blöden Kamera-Wechsel? Das nervt, das irritiert ein bisschen. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall lassen. Leute, ich habe fast 900 Abonnenten. Und ihr wisst, was das heißt. Danke. Ihr seid die Geilsten. Super. Jo, finde das richtig geil. Äh, was, was mich gerne mal interessiert. Wie heißt ihr eigentlich so? Könnt ihr mir gerne mal euren ganzen Namen in die Kommentare vollpumpen. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel Chan heißest, dann schreibt mal Chan in die Kommentare. Wenn du jetzt Florian heißest, schreib einfach mal in meinen Kommentar unter dieses Video deinen Namen. Damit ich einfach mal so ein bisschen die Vorstellung habe, wer eigentlich meine Videos anschaut. Weil ich sehe meistens nur die Klicks und das ist ja auch nicht unbedingt das Wahre. Supermarkt bin ich schon mal. Moin, moin. Und was hat denn hier alles in Los Santos? Was für schöne Befeldfrüchte haben wir denn hier? Hier, Ananas, Banane erkenn mal, Bierne, Orange, Apfelsaft, leckeres Bier. Da wird sich die Ahornenten aber freuen hier. Guck mal hier, kann er gut trinken hier. Aus dem Stoff der Träume sind. Bankkonto, mal gucken, was ich drauf habe. Hoffentlich ein bisschen mehr. Eins, zwei, drei, vier. Einzahlung. Och Gott, ich habe nur noch 23 Dollar. Komisch. Als ich aufgehört hatte, hatte ich noch 2000 Dollar. Moin, moin. Ah, nein. Ich will ja dein Geld haben. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld für das Flugzeug. So. Die maximale Beute zu machen. Warte, bis der Kassierer gerade so. Ja, komm schon, mach schon. What the fuck? Hilfe. Ach du Scheiße, Leute. Der hat einen Pumpgang gehabt. Was für eine Pumpe, Alter. Oh, Mann. Das war aber echt ein fettes Ding, oder? Mann, oh Mann. So. Ist doch egal. Mach mal irgendwas anderes. Fallschirm springen. War immer mal so eine coole Sache. Wollte ich immer mal machen. Ja, 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 ja. So, jetzt hoffe ich nicht, dass ein Jäger hier jetzt gleich hier irgendwo erscheint. Der mich ja gerade abknallt. Achtung, Wildwechsel. Ich liebe das Spiel, Leute. Moin, moin. So, bleib mal stehen. Halt. Stopp. Stopp. Dein Geld brauche ich nicht. So, als nächstes, was wir machen, ist mal ein bisschen Basejumpen. Äh, Fallschirmspringen. Das habe ich so eigentlich noch nie richtig so gemacht. Oh, guck mal hier oben. Was ist denn das? Schöne Frau. So, das sind wir gleich. Guck mal, die ganze Lobby ist voll. Herrlich, herrlich. Ich habe das jetzt richtig vermisst, ein bisschen zu zocken hier. Ach du Scheiße. Oh Gott, da will mich jemand töten, glaube ich, Leute. Snoop Bock. Oh Gott, nein. Der hat mich erwischt. Snoop Bocki Bock. What the fuck? Nein, 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 das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Boah, das hat mal Schluck Cola hier. Ah, scheiße. 1 zu 0. Ja, komm schon. Scheiße. Moin, moin. So, da ist das falsche Symbol. Weg da. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich noch die Kack-Bullen am Start. Das wollte ich doch gar nicht. Problem, ich habe keine Munition. Die muss ich mir jetzt alle noch kaufen. Und mit 23 Dollar kann ich mir einfach nur nichts kaufen. So. Ich glaube, ich verstecke mich jetzt erstmal hier. Nach dir wird gefahndet. Ist mir doch egal, ob nach mir gefahndet wird. Och Mann, nein. Jetzt fehlt mir auch noch. Och Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt muss ich meine Identität hier ein bisschen verschleiern hier. Maske, Schneemann. Ja, genau. Nehmen wir den hier, den Weihnachtsmann. Uah. So. Du hast nicht genug Geld. Der Job kostet 200 Dollar. Du kannst im Pausenmenü Dollars kaufen. Das finde ich auch eine Frechheit, Leute. Dass man sich hier im Spiel Dollars kaufen muss. Also, was heißt, muss. Man kann sich Dollars kaufen, aber. Nun ja. Ich kaufe mir bestimmt nichts. So. Was machen wir denn dann? Wir haben kein Geld. Oh ja. Ja, Leute. Das war es dann eigentlich schon wieder. Im nächsten Video habe ich auf jeden Fall mehr Geld und. So. Und mehr Money am Start. Und mehr Waffen, mehr Sprengstoff und so weiter. Oh Gott, nein. Ja, was hast du denn? Moin Moin, bleib stehen. Nein. Leute, ich sage tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Tschau.